schön dass noch ein paar leute da sind mein name ist friederike ich studiere hier an der tu im master stadtökologie und arbeite als studentische mitarbeiterin im forschungs cluster iritesis an der hu berlin und möchte ganz gern teil unserer forschung hier vorstellen mit dem titel urbanes grün digital und dabei möchte ich mich auf perspektiven beziehen die die digitale und niedrigschwellige erschließung für die stadt natur bedeutet ja erstmal ganz grundsätzlich kann man ja feststellen dass durch die digitalisierung und auch generell entwicklungen wie die smart city immer mehr digitale ansätze und projekte oder auch initiativen entstehen die die unterschiedlichsten handlungsfelder digital aufgreifen und was dabei auffällt ist dass sie häufig ein gemeinsames ziel verfolgen durch die digitale repräsentation und zwar die niedrigschwelligkeit das kann man halt so verstehen dass einfach entsprechende projekte versuchen ihre inhalte recht einfach darzustellen dass sie wenig aufwand in der in anspruchnahme durch zum beispiel ja nutzerinnen der oder nutzer der projekte dann benötigen wir fokussieren uns auf stadt natur das heißt im bereich der stadt natur kann diese niedrigschwelligkeit auf ganz unterschiedlichen ebenen festgestellt werden beispielsweise könnte man sehen dass niedrigschwelligkeit sich durch eine neue art der inhaltsvermittlung ausdrückt also besonders einfache vermittlung von inhalten die in der umweltbildung beispielsweise konsequenzen haben kann oder auch in der vereinfachung von informationsflüssen und vernetzungen und das wiederum kann man in projekten wie also in zum beispiel citizen science projekten beobachten wir haben uns dann halt die frage gestellt welche perspektiven konkret für den umgang mit stadt natur daraus folgen können und haben hypothesen aufgestellt man könnte sich zum beispiel überlegen dass neue und recht einfache möglichkeiten der inhaltsvermittlung sich auch auf eine bewusstseinsveränderung für stadt natur auswirken könnte oder auch neue formen der nutzung von stadt natur begünstigen könnte oder was auch möglich ist ist dass die digitale repräsentation vielleicht neue nutzergruppen ansprechen kann also das sind die überlegungen die wir hatten und das haben wir versucht zu untersuchen mit hilfe von praktischen beispielen also im prinzip geht es hierbei um digitale stadt natur projekte die die schnittstelle zwischen digitalisierung und stadt natur in der praxis aufgreifen und wir haben uns dabei auf projekte bezogen die hier in berlin anzutreffen sind das hat mehrere gründe also zum einen hat berlin einfach einen recht hohen anteil an stadt natur dann generell verfolgt die stadt ja auch digitale ansätze also möchte strebt ja auch an das smart city zu werden und sie ist auch als hotspot bekannt für entsprechende initiativen und projekte mit digital bezug also für uns ist es eine ganz gute ausgangssituation um da anzusetzen wir haben dann nach entsprechenden projekten gesucht mit hilfe einer mit schlagworten einer desktop recherche und sind auch fündig geworden also wir haben insgesamt 21 projekte in berlin gefunden die stadt natur in irgendeiner art und weise digital aufgreifen und was da von anfang an ziemlich auffällig war war die große vielfalt die sich daraus ergab also diese projekte die wir gefunden haben die waren extrem unterschiedlich in ihren ansätzen das kann man hier in dieser matrix habe ich mal versucht das so ein bisschen darzustellen da habe ich mal fünf projekte diese 21 rausgegriffen und die anhand einzelner merkmale so ein bisschen versucht ja aufzudröseln zum beispiel wenn man sich jetzt mal die akteure anguckt die hinter diesen einzelnen projekten stehen sieht man dass die extremen ja unterschiedlich aufgestellt sind man hat zum beispiel ein staatliches museum dabei oder auch akteure aus der forschung oder der verwaltung die technik die angewendet wird ja da gibt es auch verschiedene ansätze zb eine app oder auch interaktive portale und karten die projektziele generell verfolgen ebenfalls komplett unterschiedliche ansätze das geht von zielen der bewusstseinssteigerung für stadtnatur bis hin zu spenden aufrufen also kann man nicht wirklich miteinander vergleichen und der teil von stadtnatur der adressiert wird in den einzelnen projekten hat sich eigentlich von projekt zu projekt komplett auch unterschieden das heißt man hatte hier einmal einzelne bereiche zum beispiel teilweise bereiche wie essbare pflanzen alleine oder aber auch wilde tiere oder auch bäume in der stadt also hier ist eine ganz große vielfalt festzustellen an die man gut ansetzen kann und das haben wir auch gemacht indem wir dann zwei fallbeispiele ausgewählt haben und die noch mal auch in anlehnung an die hypothesen genauer untersucht haben diese untersuchungen basieren eigentlich größtenteils auf experten interviews und die möchte ich jetzt auch noch mal kurz vorstellen die fallbeispiele also wir haben zum einen die app naturblick hier in berlin die ist vom naturkundemuseum entwickelt worden und hat zum ziel durch die digitale wissensvermittlung eine bewusstseinssteigerung für stadtnatur in der stadt hervorzurufen unter den nutzern und nutzerinnen das bild zeigt das hauptmenü der app also wenn man die öffnet öffnet sich dieses menü und da kann man auch so ein bisschen die fokus themen der app schon erahnen also ein großes thema ist die artbestimmung die man mit der app durchführen kann aber man kann beispielsweise auch mit hilfe einer digitalen karte so ein bisschen ja zum beispiel in der nähe orte entdecken und sich darüber informationen einholen die analyse der app hat ergeben dass sie vor allem potenziale darin hat kompliziertere wege der inhaltsvermittlung überflüssig zu machen das heißt diese niedrigschwellige repräsentation führt dazu dass man beispielsweise nicht mehr auf bestimmungs literatur zurückgreifen muss bei einfachen artbestimmungen außerdem werden dadurch dann neue und weniger affine nutzergruppen angesprochen vor allem leute die vielleicht schon grundständiges interesse in die natur haben aber einfach den so ein bisschen die initiative gefehlt hat oder die motivation sich damit eigenständig auseinanderzusetzen und außerdem konnte die konnte das umweltbewusstsein konnte beobachtet werden dass das umweltbewusstsein der nutzer und nutzerinnen durch die benutzung der app steigt wir sind allerdings auch auf grenzen gestoßen also zum beispiel in der selektiven inhaltsauswahl der der app das heißt es konnten nur können nur bereiche dargestellt werden die in der app gespeichert sind und dementsprechend werden bereiche der stadtnatur wie zum beispiel spontan vegetation nicht berücksichtigt eine weitere grenze liegt in der wiedergabe komplexer inhalte und prozesse jeder der zum beispiel schon mal einen gras bestimmt hat der weiß und braucht eigentlich eine lupe für eine pinzette und da kann die app natürlich nicht mithalten das zweite fallbeispiel ist vielleicht auch einigen bekannt das ist die initiative mundraub mundraub nutzt eine digitale karte um fundorte von esbara flora darzustellen das sieht man auch hier in der abbildung als einen ausschnitt der app zu sehen mit einzelnen pins die sagen also die beschreiben die einzelnen fundorte und wenn man auf einen draufklickt öffnet sich auch noch mal eine information wie es hier jetzt halt mit der kirche der fall ist die analyse von mundraub hat ergeben dass eine stadtnatur in eine ganz neue nutzungsperspektive gesetzt wird und damit auch sich das bewusstsein für stadtnatur dementsprechend verändern kann von dem eigenen ökologischen wert hin zu so einem etwas nutzungsorientierteren wert im sinne von essen und außerdem weiterer punkt bei mundraub ist auf jeden fall die community bildung die gefördert wird durch die digitale vernetzung dass es bei mundraub sehr stark der fall dass nutzer nutzerinnen sich zusammentun und auch zum beispiel gemeinsam aktivitäten nachgehen ein problem bei der digitalen repräsentation liegt darin dass wie gesagt die perspektive wird ja so ein bisschen verschoben hin zum nutzungsgedanken und dabei ist jetzt auch schon vorgekommen dass so ein bisschen die ökologischen werte in den hintergrund geraten und er diese nutzungsperspektive in den vordergrund gerät dass es zu einer übernutzung kam das heißt dass auch schon umwelt darunter mehr oder weniger gelitten hat und das ist natürlich eine entwicklung die nicht angestrebt wird ganz zusammenfassend lässt sich sagen dass neue formen digitaler repräsentation für die stadtnatur vorteile bedeuten und zwar in der benutzerfreundlichen und ansprechenden darstellung können die gesehen werden in neuen wegen der wissens aneignung und damit auch der bewusstseinsänderung in der unterstützung von vernetzungen und akteursgefügen und der ansprache neuer nutzergruppen dementsprechend konnten auch unsere hypothesen bestätigt werden allerdings haben wir auch die grenzen festgestellt wie gesagt in der ganzheitlichen darstellung von stadtnatur und in der darstellung komplexer inhalte grundsätzlich kann man also schlussfolgern dass die digitale und niedrigschwellige repräsentation dazu führt oder gut dafür genutzt werden kann ein anfängliches interesse zu schaffen und eine anfängliche bewusstsein steigerung allerdings auch momentan noch digitale grenzen bestehen wenn es zum beispiel um komplexere inhalte geht und ja damit bin ich auch schon durch ja vielen dank für den letzten vortrag der session gibt es fragen an die frägerinke irgendjemand der vor bits and beats noch etwas wissen möchte das ist okay was meinst du denn mit bewusstseins änderung verstärkungen et cetera hast du da für den beispielen damit ist zum beispiel gemeint wenn man das mikro wenn man jetzt beispielsweise diese naturblick app benutzt konnte festgestellt werden also in diesen experten interviews waren halt auch befragungen von nutzern und nutzerinnen und da hat sich herausgestellt dass die leute die halt wissen dass sie bei sich haben also die halt auch wirklich mobil und spontan unterwegs sind viel stärker auf die umwelt achten und auf die natur einfach mit diesem gedanken im hinter also im hinterkopf dass sie jetzt jederzeit im prinzip ja statt natur entdecken können das war ein beispiel dafür du hattest bei der ersten app erwähnt glaube ich als ein vorteil dass das eben eben nutzerfreundlich ist für leute die jetzt keine affinität bisher haben zu stadt natur fragen kannst du abschätzen wisst ihr von wieviel leuten so eine app überhaupt installiert wird die keinen bezug dazu haben also das stelle ich mir sozusagen den 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 schwierigsten schritt vor den ersten schritt dann zu machen ja ich denke auch das mit so abstufungen also man kann von keiner person die einfach sich gar nicht für natur interessiert erwarten dass sie die app unterlädt ich denke dass vor allem leute angesprochen werden die schon interessiert sind im grunde oder auch einfach naturfreundlich sind aber denen einfach so ein bisschen die motivation oder dieses tiefe interesse fehlt sich dann eigenständig zum beispiel mit dem rotmaler auf die wiese zu setzen also ich glaube solche leute werden vor allem angesprochen ich glaube es hilft auch wenn der sohn oder die tochter fragt papa was ist denn das und wenn papa dann keinen bock hat das dicke buch mitzuschleppen dann ist so eine app vielleicht hilfreich damit man als elternteil nicht ganz so blöd dasteht möglich letzte chance fragen kommentare wo und im 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 Vielen Dank.